An Jesus, an Jesus, heilig und ganz besonders. Darum wollen wir auf das schauen, was Gott tut. Das ist der Sinn des Feierbergangs. Auf das schauen, was Gott tut. Was tut Gott? Er sagte, du hast den Stecken des Feierbergangs zerbrochen. Lass also, er hat den Stecken unseres inneren Antreibers zerbrochen. Er hat den Knüppel der Sorge erlebt. Ihr seid aber ganz konkret eine Kriegsgefangene gebraucht. Der muss steigern für die Siege. Unter der grünen Sonne in der Wüste. Und wenn er nicht mehr kann, dann kommt der Zweifel. Das Sklaven dreifelt. Macht ihm sein. Zieht ihm eins über. Mit dem Stecken. Unter dem Stecken ist Treibungsleben. Aber genau das ist ja die Situation Israels. So soll das Prophetenleser. Kleine Israel. Platt gemacht. Von der Babylonischen Lammweite. Überlebende, als Kriegsgefangene, verschleppt nach David. 70 Jahre. Eine dunkle Zeit. Aber dann sieht der Prophet Jesaja nicht ab Ende des Todes. Der Prophet sieht einen Machtwechsel des Verbrauchers. Der Stecken des Treibungsvors. Der Zerbruch. Die Zerdrückung am Augen. Das Volk betreiben. Wie soll das geschehen? Durch ein Kind. Sagt der Prophet. Dieses Kind wird heranwachsen zu einem König. Zu einem noch viel größeren König. Als es König David einst war. Dieser König. Der Stecken des Freibungsverbrech. Der und der Erlöser sind. Das heißt, der Befreier. Von allen Staten. Jesaja. Hat diesen König nicht mehr erliebt. Nach den Babylonians haben die Pferde. Und dann die Griechen. Und dann die Römer. Und nie wurde der Stecken des Treibungsvors wirklich richtig zerbrochen. Immer stehend zu da. Über den Knöpfen der Gefangenen und irgendein Knöpfel. Immer. Und da hat es grundsicht und glücklich und sich sorgt. Und trotzdem.